Hey Leute und willkommen zurück zu I am Cat Und heute ist der Zeitpunkt, wo wir dieser alten Schrumpa-Schrulle entkommen Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts Wie, du hast gar nichts gemacht? Du brauchst jetzt gar nicht so abzulenken Du verdammte blöde Kuh, du hast mich gefangen genommen Das hast du davon Denn Leute, auch weil wir noch ein paar Missionen offen haben, versuche ich heute aus dem Haus zu entkommen Wie viele wahrscheinlich von euch schon wissen, gibt es nämlich ein Secret Room Miau, 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 miau Und dieser Secret Room verbirbt sich dahinter, dieser riesigen, verdächtigen Uhr Also nicht der Rolex, aber im Handgelenk Verdammt, ich muss noch einige Missionen machen Aber das ist mir egal, wir versuchen in den Secret Room reinzukommen Jump! Boom! Hast du das gesehen, Oma? Das war eine Kopfnuss Gegen deine heißgelebte Uhr Okay, wie machen wir das? Hier hinter ist ein Raum Ich weiß das nur, wie kommen wir dahinter? Natürlich weiß ich der unvergleichbare So ein Mist! Hey Oma, dass ich runtergefallen bin, ist deine Schuld Deswegen Tut mir leid Das interessiert dich nicht? Hey Oma, lass den Kopf nicht hängen Ich sag doch, lass den Kopf nicht hängen Boom! Okay, aller guten Dinge sind zwei Oh, komm, 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 komm Oh, hab ich's geschafft? Ja, ich bin im Secret Room Ganz schön einsam hier Und die Decken sind ziemlich hoch Kann ich hier hochklettern? Nein Die Wand komm ich nicht hoch, aber hier ist ein Oh mein Gott Ja, ist das der Ausgang? Das könnte der Ausgang sein Wir müssen hier rauskommen Komm schon Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, komm, komm Ich muss mich hier durchglitschen Anders geht's nicht Verdammt Da sind wir hergekommen Let's go, let's go, let's go Der Ausgang ist so nah und doch so Oh, da hinten ist eine Schaukel Was, eine Detailverliebtheit Okay, ich muss hier irgendwie durch Ah, komm schon So schwer kann's nicht sein So schwer kann's nicht sein Mist Ich meine, meine Hände sind beide schon draußen Es muss wirklich Ich komm hier nicht rein So ein Kack Wie sieht's mit der anderen Seite aus? Wie sieht's hier aus? Ich hab noch nicht aus dem Fenster rausgekommen Oh mein Gott, da ist wieder eine Schaukel Wieso steht da eine Schaukel direkt neben der Straße? Sollen da Kinder spielen? Oma, was hast du getan? Möchtest du etwa, dass deine Enkel auf der Straße spielt? Hier, oh, hier ist Glas Das ist ja ganz schön gefährlich, du alte Schrumpa-Schruller Aber hier kommen wir nicht raus Okay, gehen wir wieder zurück Komme ich zurück? Hallo? Oh Okay, den Secret Room haben wir schon mal gefunden Allerdings sind wir nicht rausgekommen Vielleicht müssen wir noch ein bisschen was erledigen dafür Aber ich denke, es ist definitiv möglich Okay, was ist unsere nächste Mission? Ah, Hitze, gefrorenes Chicken in der Mikrowelle? Bro, nur weil ich schwarz bin? Was ist das für eine gemeine Mission? Okay, dafür muss ich den Kühlschrank öffnen Hier ist doch irgendwo gefrorenes Chicken drin, oder? Was ist hier? Das ist kein gefrorenes Chicken Oh, das sieht aus wie gefrorenes Chicken Das nehme ich in meinen Mund mit Und das muss ich in der Mikrowelle wahr machen Verdammt, ist die Mikrowelle direkt hier nebenan? Oh, ja, 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 hier ist die Mikrowelle Okay, ich glaube Ah Pading, 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 hast du gesehen, Oma? Ich kann das alles Okay, ähm, das Chicken nehme ich jetzt hier Und können wir es wieder... Boah, ist das eine geile Mikrowelle Okay, dann drehen wir das mal auf Und let's go Oh, das sieht gut aus Eine Minute dreißig Verdammt, die Mikrowelle Das war's schon Aber er ist noch nicht erhitzt, oder? Die Mission hat sich nicht erfüllt Okay, weiter geht's, weiter geht's Runde zwei Ja, es ist noch nicht ganz fertig Wir sehen einen Kreis Oma, wo bist du? Ah, 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 nicht runterfallen Oma, wo bist du hin? Ich weiß nicht, wo du bist, aber Pading Wie kann die Mission immer noch nicht fertig sein? Das ist doch Eine gute Chickenkeule Oder fehlt noch etwas? Ich weiß es nicht Wir machen weiter Oh, okay Millimeter hat gefehlt Jetzt ist die Chickenkeule mindestens genauso braun wie ich Badadadada Buh Lecker schmecker Oma, du darfst aber jetzt nur noch vom Boden essen Was anderes erlaube ich dir Ich bin die Katze Mir gehört dieses Haus Die nächste Mission ist Esse eine Cucumber Äh, na gut Das hört sich nicht so schwer an Cucumber, Cucumber Da sind Tomaten und Karotten Und hier ist keine Oh, da ist eine Cucumber Uh, hallo Wie soll ich denn die essen? Die ist in meinem Mund, aber ich fress sie nicht Okay, warte mal Vielleicht Dalalalala Neue Location kommt bald Was? Es gibt bald ein Update Oh Nice Okay, die Cucumber Machen wir das so Samurai Katze Samurai Katze Okay, kann ich die jetzt essen? Oh mein Gott, es hat funktioniert Der Rest ist für dich, Oma Du isst nur noch vom Boden Ich hab's dir doch gesagt, oder? Und das wirst du auch tun Oh, verdammt Das ist auf dem Messer gelandet Das Messer landet auch auf dem Boden Und du bist nicht mal sauer Du bist dumm Okay Als nächstes muss ich ein bisschen Fried Chicken essen Fried Chicken? Warte mal Das ist doch das Chicken Was wir hier warm gemacht haben, oder? Oh mein Gott, okay Omi Wir haben alle Missionen erfüllt Wer Ich krieg einen Anruf von der Nachbarskatze Die will dich auch am Boden sehen Nun Ich sehe, dass du nicht nur eine Kuhle bist Sondern auch ein Chefkoch Das Letzte, was ich über dich wissen möchte Ist, wie du mit deinem Kopf arbeitest Das Letzte, was ich... Sind das unsere letzten Missionen? Sind wir dann frei, mit dir Spaß zu haben Und dich fertig zu machen? Warte mal, ist da oben eine Katze? Warte mal, warte Da oben ist eine Katze Wieso ist da oben eine Katze? Ist die neu? Oh, verdammt Tut mir leid, dass ich die Vase... Oma, nicht sauer Oh mein Gott, oh mein Gott Sie kommt mit der Pfanne Sie kommt... Ich bin zu weit entfernt Okay, du kannst mir nichts antun Verdammte Brillenschlange Nervensäge Hau ab Oh, nicht schlagen Alles gut Verdammte Hexe Nicht auf mich draufsetzen, bitte Bitte aufstehen Oh, hat sie mich... Die hat mich wieder geschlagen Verdammt Die Dame ist doch ein bisschen zu viel Ich will da oben noch nur zur Katze kommen Was sind überhaupt unsere Missionen? Ich hab's gar nicht geguckt Finde das Spielzeugauto Das Spielzeugauto? Wir haben ein Spielzeugauto? Weißt du was? Die Katze ist mir gerade egal Ich muss das Spielzeugauto finden Ich will das... Den Robotac, den kennen wir ja Das Spielzeugauto Wir müssen sowieso nach oben Weil wir oben den USB-Stick holen müssen Von daher passt das ja richtig gut Das Spielzeugauto Bist du hier oben... Hier ist doch kein Spielzeugauto Hallo? Aber hier war irgendwo der USB-Stick Das weiß ich noch Den haben wir ja schon mal gefunden Oh mein Gott Okay Hahaha Hey du Kleider Mission erfüllt Okay Eine neue Mission Lock dich bei Oma den Computer ein Okay Hahaha Allerdings weiß ich schon Was sie auf dem Computer hat Die Frau ist krank Ich sag's euch Die hat da nur Katzenbilder drauf Kein Plan was mit der Dame los ist Aber wie gesagt sie ist krank Wapp 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 Und rein da Da Drinnen ist er Und jetzt brauchen wir das Passwort Oh nein das Passwort war da hinten irgendwo Das weiß ich Aber wenn wir ein paar Vasen kaputt machen Macht sie mich fertig Die Hexe Das heißt wir müssen aufpassen Ist das Passwort hier 0 4 2 6 Das ist das Passwort Oma nicht schlagen bitte Obwohl die Vasen hier kaputt Es tut mir wirklich leid 0 4 2 6 Wir kriegen das hin 0 4 2 6 Ah 0 4 2 6 Lock in Wir haben es geschafft Wir haben uns eingeloggt Aber die Bilder kennen wir ja schon Das sind einfach nur Katzenbilder da drauf Mache das Wort Katze Ist auch eine Mission Dafür brauchen wir diese komischen Steine Die wir bewegen können Aber Leute Wir haben viel getan Nächstes Mal machen wir die Oma komplett fertig Weil ich glaube dann haben wir alle Missionen erfüllt Kille, 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 Kille Ich und mein Teil werden dir die Folge Ich bedanke mich für's Zuschauen Wir sehen uns das nächste Mal wieder Das war ein komischer Blickwinkel Bis dahin Bye, bye Ich-läge die Musik J-lühre die Musik Ich-läge die Musik Ich-läge die Musik Bis zum cheers Ich darberste weiß Ich in die Musik Ich verstehe die Musik Ich schleiern Ich-läge die Musik Ich-läge die Musik Ich-läge die Musik